moin moin und hallo wie ihr seht habe ich hier eine verbrennung dort das ist äußerst schmerzhaft dieser bereich ist wirklich sehr verbrüht worden durch haben heißt das zeug heiß kleber das war echt super heiß und jetzt hat sich auch eine brandblase gebildet wie ihr seht ich habe permanent schmerzen und das ist nicht so angenehm was ist denn dagegen so gut zu helfen ich hab da was aloe vera special care cream mit propolis die creme könnt ihr auch im fall von verbrennungen anwenden so wir packen uns mal ein bisschen was da drauf das war schon viel zu viel ihr müsst viel weniger neben leute und verteilt sich schön darauf mehr ist nicht besser ganz wenig reicht eigentlich ich habe jetzt weil ich so aufgeregt bin dass ich für euch ein video machen darf damit habe ich ein bisschen zu viel genommen also nimmt viel weniger so und jetzt merkt ihr schon wie angenehm kühlen das ist also bei verbrennungen egal wo sie sind nutzt ihr dieses naturprodukt aloe vera creme mit propolis dann sage ich vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal so und so